oder ich glaube schon okay vorsichtig diesmal und der ist noch der ist noch kommt die gleich angecharge der ist nicht bei vollem hp ist schon mal sehr gut kleiner pisser ich mach dich jetzt fertig kleiner pisser hey jo gülle keine gnade Danke fürs Folgen, Fabi. Vielen, vielen Dank. Jetzt kommen die Viecher wieder. Nio, 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 nio. Ich bin schneller als ihr. Blöden Assis. Ja, komm her. Ja, was ist los? Ja, komm mit deinem Scheißbienen, ey. Könnt mich, ey, Scheißbienen. Ne, seit vier Tagen, Fabi. Seit vier Tagen. Wie im Titel. Wie im Titel, seit vier Tagen. Ja, was willst du überhaupt von mir? Kleine Missgeburtzeit. Oh, Scheiße, Bienen. Oh, weg. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Die Scheißbienen, die Scheißbienen. Nein. Lass mich in Ruhe. Scheißbienen, lass mich in Ruhe. Oh, jetzt kommen die wieder Bienen. Ey, ich raste aus. Scheißbienen. Ja, nun wirbelhändlich. Warum wirbelst du nicht? Musst du nicht wirbeln oder so? Danke sehr. Ja. Oh, Scheiße. Schon wieder, der hat doch gerade Bienen gemacht. Lass mich verarschen. Haha, nicht getroffen. Assi. Ja, was? Du triffst mich aber? Kleiner Pisser? Das dauert einen Augenblick noch, ja? Habt Geduld. Und wenn der Loot nicht gut ist, ja? Dann raste ich aus. Hier, komm, jetzt wirbel. Wirbel. Ja, danke. Oh, Scheiße. Halt der Knopf. Jetzt kommt schon wieder die Bienen. Die macht ja alle zwei Attacken jetzt, oder was? Fuck my life. Mach dein Ding. Jetzt wirbel. Wirbel, 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 wirbel. Hallo? Nee? Kein Wirbel? Ja, jetzt machst du einen Wirbel, oder was? Bist doch bescheuert. Bist doch. Guck mal, da liegt meine Axt. Haha, neue Axt. Please, give me. Autsch. Oh, oh. Ja, mach deine Scheißfliegen, du Assi. Ich bin auch im Arsch vorbei. Oh, Scheiße. Wieso haben die mich denn getroffen, ey? Oh, Scheiße. Große Kacke. Na, 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 na. Schon wieder Bienen, ey? Leck mich doch im Arsch. Ha, nicht getroffen. Ja, ich weiß, das sagen wir alle, aber... Das hier macht mehr Damage. Und ich weiß, dass ich dann damit mehr Schaden, äh, mehr... Oh, Scheiße. Ähm, mehr Blockchance habe, aber... Das hier macht einfach mehr Schaden. Und im Moment... Habe ich nur das. Oh, Scheiße. Werbung? Ha, lol. Wieso hast du denn Werbung? Ich habe gar keine Werbung eingeschaltet. Uh,... Ži... Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot, er ist tot. Yes! Und was droppt er? Grün. Und weiß. Willst du mich verarschen? Grün und weiß? Ich meine, halloho! Das ist den Aufwand überhaupt nicht wert. Grün und weiß? Willst du mich verarschen, ey? So schlecht einfach. Oh mein Gott. Dazu muss ich erst mal einen Schokofrisch essen. Wenn ich ihn aufkriege. Ich glaube das gerade nicht. Der Boss war so schwer. Und dann so ein Scheiß, ey. Wer ist die denn? Du Scheiße. Muss ich gegen die kämpfen? Hm. Hm. Unique? Was? Was meinst du denn jetzt damit, Fabi? Was soll ich denn da für wechseln? Ähm. Mal so. Ich glaube ich. So ist gut. Ja. Ähm. Okay, ich muss zurück zur Refuge Dingimingi. Oh mein Gott. Das war nichts. Not worth it at all. Und wenn ich mir vorstelle, ich muss den farmen, dann bin ich ja fünfmal nicht fertig. Ich bin zu Ostern noch am Start. Ja, ja. Ach so. Ja, das weiß ich. Aber ich dachte, der droppt mehr hier. Ich meine, was soll denn der Scheiß? Der hätte gar nichts gedroppt. Nur Bullshit. Zeitverschwendung war das. Zeitverfickte Schwendung. Kann ich hier hocherspringen? Ja, kann ich nicht. Nee, ich kann nicht hocherspringen. Scheiße. Aber hier kann ich hocherspringen. Gut. Ja, ja. Ich weiß schon, was unique ist, Fabi. Ich dachte bloß, ich hab bloß nicht verstanden, was du geschrieben hast. Oh, falsche Richtung. Scheiße, den Dreck. Ja, aber der droppt doch ein... Wie, der droppt auch bessere Items? Ich hab keinen Bock, den nochmal zu töten, ey. Der ist so eklig. Ich meine, als Mage mag das ja, oder als Archer oder sowas mag das ja gehen, aber... Ah, wow. Äh, wo sind wir denn hier? Äh, wo müssen wir denn jetzt hin? Äh... Äh... Hä? Wo müssen wir denn jetzt hin? Was ist das? Ja. 6? Okay, fuck it. Jolo swag, you know. Jolo swag. Ähm... Www. Was ist das jetzt ein zweiter Eingang? Was ist das jetzt? Hä? Heeeh... Du hast mir ein neues Quest, ey. Fick dich doch, ey. Ach scheiß drauf. Scheiß drauf, ey. Ach so, wegen dem scheiß Winterkack-Ding. Oh mein Gott. Ich habe eine Socke geklagt. Konsumt wenn used. Die Emberlesser Officer will give small surprises to the zeroes every day, but only if they're wearing them sockets. What the fuck?! Sugarbeet? Reindeer delicacy? Ah, okay. Lol. Lolololololololol. Was das hier? Find the resistance community in Troll Canyon. Oh, yeah. Oh, okay. Das ist ein wiederholbares Quest, das machen wir nicht. Das ist ein wiederholbares, das ist keins. Okay. Gut. Dann haben wir hier noch eins. Okay. Ähm, können wir denn irgendwas craften? Fabi, ich bin auf dem amerikanischen Server. Ich glaube nicht, dass du da auch bist. 22, 21, 20, 19, 19, 19... 24. Nein, ich kann nichts craften. 15... Ne, ich kann nichts craften. Okay. Alles verkaufen. Scheißdreck. Alles geburt. Alles geburt. Eventpost to killen. Ah, okay. Okay. Ja, das ist jetzt irgendwie so ein neues Event. So ein Weihnachts-Dingsbums. Hyper. Ach du Scheiße. Ähm. Weihnachts-Wichse. Äh, okay. Okay. Sollten wir... Was? Nee. Sprich mal in ganzen Sätzen, Fabi. Hm. Ich hab schon das... Ich muss das, glaub ich, abnehmen. Ähm. 22. Was ist denn das? Bist du das? Wer ist denn das? Back here. Keine Glocke. Ähm. Ich glaub, ich geh mal hier hin. Warholme. 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 Ich glaub ich jetzt noch fünf. Aha. Zweimal. Let's go. Let's go, Mario. Let's kill them what the fuck is. And collect them essence sense. Hab ich schon... Five... Ich hab schon 5300. Awesome, wa? Awesome. 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 Sag ich doch. Ich weiß nicht warum ich...